Okay, ich bekenne mich schuldig, denn die Vielzahl an Tipps und Tricks, die ich regelmäßig hier bei YouTube raushaue, die verleitet natürlich dazu, diese Tipps und Tricks auch ständig und regelmäßig einzusetzen, gerade wenn dir etwas gut gefällt. Und dass ich persönlich selber auch in diese Falle reintappe, das möchte ich dir heute mal an fünf Beispielen zeigen, die ich in meinem letzten Mix leider ein bisschen übertrieben habe, aber gerade noch kurz vor Ende des Mixes die Kurve gekriegt habe. Und falls du während dieses Videos schon denken solltest, der Typ, der redet doch von mir, da gibt es doch das ein oder andere Ding, was ich auch ständig übertreibe, dann schreib es gerne direkt unten in die Kommentare und lass uns an deinen Mix-Erfahrungen teilhaben, damit wir vielleicht nicht in diese Falle reintappen. Falls du dich für meine fünf Fehler interessierst und uns auch ein kleines bisschen an deiner Erfahrung teilhaben lassen willst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und viel hilft viel war vielleicht eine Maßgabe, die in der Steinzeit oder im Mittelalter wunderbar geholfen hat, über die Runden zu kommen. Aber in unserem filigranen Mix-Alltag in der Neuzeit kann es dann doch ein kleines bisschen zu viel sein. Jeder kennt die Situation, man hat sich in einen besonderen Trick oder vielleicht in ein Plug-In verliebt und setzt es so oft ein, dass man irgendwann den Überblick verliert und davon einfach zu viel einsetzt. Die Dosis macht das Gift ist ein Satz, der da durchaus hilfreich ist, denn wenn man etwas selten oder einfach hin und wieder mal einsetzt, dann kann es durchaus hilfreich sein. Wenn man es zu oft einsetzt, dann wird die Dosis zum Gift und dann ist es das Problem für den gesamten Mix. In meinem letzten Mix sind mir unter anderem fünf Dinge aufgefallen, die ich deutlich übertrieben habe und die ich dringend zurückfahren musste, um den Mix zu entschlacken, sauberer zu machen und klarer zu gestalten. Und welche das sind, das verrate ich dir heute einfach mal. Fünf Stück, mit denen ich dir auf jeden Fall auf den Weg geben möchte, dich dahingehend auch mal zu beobachten. Und wenn du denkst, da ist mir das eine oder andere Mal regelmäßig auch aufgefallen, dass ich das zu viel mache oder vielleicht übertreibe, ich habe es gerade schon gesagt, schreib es uns in die Kommentare. Lass uns daran teilhaben, damit wir vielleicht nicht in dieselbe Falle reintappen. Wir machen heute ein kleines Zwischenspiel. Ich erzähle immer das Problem in diese Kamera rein und dann gehen wir rüber in die Session und dann zeige ich dir mal an einem Beispiel, wo mir das explizit aufgefallen ist. Falls dir in der Zwischenzeit oder vielleicht jetzt schon auffallen sollte, dieses Video gefällt mir, dann zeig es mir doch über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen haben sollte oder bis hierhin gefallen sollte, dann zeig es mir einfach über zweimal den Daumen nach unten und klick hier einfach auf das nächste Video. Dann verpasst du definitiv hier nichts. Und falls du denkst, ich möchte von diesen Videos, von diesem Typen da vorne gar nichts mehr verpassen, dann drück schnell auf den Abo-Knopf und vergiss daneben nicht die Benachrichtigungsglocke auf alle zu klicken, denn dann kriegst du immer einen Hinweis, wann das nächste Video rauskommt. Das erste Thema, was ich ansprechen möchte, ist Doppeln. Ach, wer hat sich nicht schon in Doppeln verliebt? Wenn man eine Stimme einmal aufnimmt, klingt sie okay. Wenn man sie einmal aufnimmt und zweimal doppelt, also nochmal das gleiche einsinkt und dann nach links und rechts außen ins Panorama schiebt. Wunderbar. Großer, fetter Vocal, geht auch mit E-Gitarren wunderbar. Man kriegt ein richtig fettes Bild. Wenn man es damit aber übertreibt, läuft man in Probleme. Denn wenn du alles doppelst, was du zur Verfügung hast, kann es passieren, dass du einfach alles nach links und rechts gedoppelt schiebst und dann hast du plötzlich links und rechts zwar eigenständige Monomixe, die zwar irgendwie stereo und breit klingen, aber Matsche. Also muss man Entscheidungen treffen, was denn wirklich gedoppelt wird und was nicht. Und wir schauen jetzt einfach mal in die Session, wo ich mich entschieden habe, eine Doppelung zurückzunehmen und wie ich damit umgegangen bin. Also, los geht's. Doppeln ist also die Wunderdroge, mit der man seinen Mix so richtig schön breit und fett machen kann. Das gilt sowohl für Gitarren als auch für Keyboards oder auch Gesang. Da kann man so richtig schön auftrumpfen und das Soundbild so richtig schön groß gestalten. Und wir schauen mal kurz in den Mix hier gerade rein und ich sag dir dann mal, wo ich die Gitarren wie gedoppelt habe und vor allem, wo ich davon Abstand genommen habe und warum. Aber wir hören erstmal kurz rein, wo wir gerade stehen. Du hörst, hier ist richtig was los und ich habe richtig Gitarrenspuren auch eingespielt, mit Keyboards gearbeitet und alles und so weiter. Also richtig viel auch gedoppelt. Es gibt eine Hauptgitarre, die hier vor allem im normalen Bereich, wo eine Gitarre normalerweise in der untersten Lage spielt, die hier auch gedoppelt klassisch vorliegt. Das ist diese hier und die spielt folgendes. Lichtbreite, fette Akkorde einfach erstmal als Teppich drunter. Mit anderen Worten, die nimmt schon ein großes Spektrum und einen großen Frequenzbereich ein. Also ist Vorsicht geboten beim Doppeln. Jetzt könnte ich natürlich noch diverse andere Spuren einspielen. Wenn die aber in derselben Lage sind, dann werden die sich einfach nur ergänzen und manchmal werden sie dadurch fetter, aber wenn man es übertreibt, wird es einfach nur noch undurchsichtig und matschig. Dementsprechend habe ich beim Doppeln ein kleines bisschen Strategie angewandt und dafür gesorgt, dass ich die Spuren zumindest akustisch voneinander trenne. Zum einen, indem ich einfach mal in einer anderen Lage gespielt habe. Wir haben hier zum Beispiel eine Gitarre, die ich ja auch gedoppelt habe, links und rechts, also das gleiche eingespielt habe, aber die macht was vollkommen anderes. Und dadurch, dass sie in einer anderen Lage spielt, ergänzt sie sich natürlich mit der anderen Gitarre. Mal hören. Die beiden kommen sich also beim Doppeln nicht in die Quere, sie spielen in unterschiedlichen Lagen und dementsprechend kann ich sie durchaus beide doppeln, aber auch gleichzeitig benutzen, weil sie sich eben nicht in die Quere kommen. Ich habe noch eine weitere Gitarre eingespielt, die sich nicht nur in der Tonhöhe, sondern auch in der Rhythmik noch ein kleines bisschen mehr unterscheidet. Das ist diese hier zum Beispiel, die spielt folgendes. Eher so ein Percussion-Instrument, in dem sie immer nur auf dem einen Ton bleibt. Und du erkennst schon meine Strategie, die ich dann benutze. Es gibt noch eine weitere Methode, mit der man auch doppeln kann, ohne wirklich zu doppeln, nämlich komplementäres Doppeln. Das heißt, es spielen zwar zwei Instrumente ungefähr das gleiche, aber nicht das gleiche, sondern sie ergänzen sich, um dann zusammen zu einem Instrument zu werden. Das ist hier zum Beispiel die Lead-Line oder die Hook-Line, wenn man sie so nennen möchte, die ich hier eingespielt habe. Die klingt so. Rechts und links spielen jeweils einen anderen Ton, der sich zusammen aber ergibt. Und die Hook-Line macht und das Ganze groß macht. So weit, so gut. Bis dahin habe ich alles richtig gemacht. Bis ich dann noch ein paar Highlights setzen wollte und gedacht habe, komm, da brätst du jetzt nochmal richtig rein und habe hier diese Gitarren hier eingespielt, die hier praktischerweise heißen E-Gitarre, Heavy, Refrain, links und rechts. Das war gedoppelt und das sollten diese hier, die ich jetzt hier gemutet habe, die mache ich mal kurz an, diese Gitarren sein, die eigentlich Highlights setzen sollten. Und die spielen folgendes. So ein kleines Mini-Lick, einziges Problem, dadurch, dass die in derselben Lage wie so manch anderes Instrument in diesem Mix auch gespielt haben, waren sie mir dann einfach zu viel in dieser Range, haben also zu viel hinzuaddiert und ich habe gedacht, die kann ich jetzt nicht noch links und rechts addieren. Ich habe den eine Zeit lang im Mix drin gehabt und habe die ganze Zeit gedacht, was stört mich an der Stelle, bis ich festgestellt habe, das ist einfach too much. Wenn ich die nämlich mal im Mix drin lasse, ich nehme sie mal rein und wir hören mal kurz rein, wie es dann klingt, wenn ich die drin habe, dann passiert folgendes. Jetzt kann man darüber streiten, ob das zu viel ist oder nicht. Für meinen Geschmack war es mir zu viel. Wie gehe ich also damit um, diese gedoppelte Gitarre, die mir jetzt zu viel ist, einfach rauszunehmen? Ganz einfach, ich habe sie nochmal dupliziert, also das, was ich hier hatte, habe ich erstmal ausgemacht, habe stattdessen nochmal dupliziert und das Ganze auf eine Monospur geschickt. Das heißt, ich habe die beiden Spuren einfach hier ausgeblendet oder ich lasse sie mal an. Ich habe die ja hier so ausgemacht einfach, indem ich die Events gemutet habe. Ich zeige dir gleich, warum. Und habe dann einfach das ganze Ding mono betrachtet. Man muss ja nicht alles doppeln, nur weil man es kann, muss man es nicht machen. Also habe ich gedacht, komm, nimm es mal mono und schiebe es ein kleines bisschen im Stereo-Panorama raus aus der Mitte, in dem es eben nicht direkt auf der Stelle liegt, wo der Gesang ist und habe es damit ein kleines bisschen rausgezogen und einen eigenen Spot gesetzt. Nicht zu viel Aufmerksamkeit, nicht zu groß, nicht zu fett und dementsprechend nicht gedoppelt. Und das Ganze klingt jetzt so. Der Mix wird klarer, das Ganze ist aufgeräumter, indem ich einfach die Spur eben nicht gedoppelt habe, sondern einfach mono genommen habe und dann im Panorama ein bisschen verschoben habe, also aus der Mitte rausgetrennt habe und dafür gesorgt habe, dass dieses Highlight jetzt da ist. Ich habe mich aber trotzdem nicht so ganz getrennt von dem Rest, denn hier am Ende kannst du sehen, ich habe trotzdem die Doppelung drin gelassen und hier ist so ein Fade rein. Und ich zeige dir mal kurz solo, was hier passiert. Ich habe nämlich dann gedacht, am letzten Teil vom Refrain, im letzten Teil, da muss ich nochmal richtig Gas geben, nochmal einen oben drauflegen, wie man das ja im letzten Refrain auch machen darf und kann. Und dementsprechend habe ich das hier noch hinzugefügt. Das ist übrig geblieben. Das gedoppelt und achte mal drauf, wie das jetzt nochmal den Mix am Schluss nochmal den letzten Schliff, den letzten Lift nochmal gibt, um das Ganze am Schluss, im Schlussakkord nochmal richtig aufzuheben. Wir hören mal kurz rein. Und so war es dann am Schluss dann doch noch gut, dass ich die Doppelungen eingespielt habe und nochmal nutzen konnte. Mit anderen Worten, auf der einen Seite verzichtet und mono gemacht, auf der anderen Seite eingesetzt. Und wenn man diesen Verzicht nutzt und die eine oder andere Doppelung einfach mal zurücknimmt und einfach mal auf mono zurücksetzt und vielleicht mit einer anderen zurückgenommenen Doppelung kombiniert, links, rechts, muss ja nicht ganz außen sein, dann kann man den Mix deutlich aufräumen und der Song wirkt nicht mehr Matsche im Mix, sondern wirkt aufgeräumter und klarer. Das zum Doppeln. Gehen wir mal wieder rüber. Regelmäßig bekomme ich Zuschriften, denen heißt es, Hi, ich bin der Drummer bei uns in der Band, ich bin aber auch zuständig für Aufnahme und Mix von unseren Songs. Hör doch mal rein in meinen Mix fällt dir irgendwas auf. Dann denke ich beim Hören des Songs oft, du hättest gar nicht dranschreiben müssen, welche Funktionen du in deiner Band hast, denn oft kann man das schon hören. Wir neigen einfach dazu, das Instrument, was wir beherrschen und dementsprechend auch am liebsten hören möchten, etwas lauter zu machen im Mix. Ganz unbewusst, das macht man nicht extra oder um die anderen zu ärgern, sondern einfach, weil wir dieses Instrument gut kennen und natürlich auch gerne hören wollen. Führt dazu, dass der Gitarrist natürlich die Gitarren im Mix ein bisschen zu laut dreht, der Bassist den Bass, der Schlagzeuger die Drums und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Ich bin Gitarrist und neige natürlich dazu, die Gitarren zu laut zu machen. Dementsprechend gehen wir jetzt gleich mal in den Mix und ich zeige dir, wie ich damit umgehe. Meistens hilft es nämlich, ein kleines bisschen vorsichtiger zu sein oder am Schluss vom Mix einfach mal ein, zwei dB aus der Instrumentengruppe rauszunehmen, die man eigentlich am liebsten hören möchte. Wir gehen mal rüber und ich zeige dir, was ich gemacht habe. Der alte Witz, wie kriegt man einen Gitarristen leise? Gib ihm Noten. Naja, der gilt nicht ganz, aber Gitarristen hören sich schon gerne spielen. Natürlich hören wir uns gerne rumberaten und ich als Gitarrist oute mich auch. Ich höre meine Gitarre einfach gerne, was aber zur Folge hat, dass ich mein Lieblingsinstrument dementsprechend im Mix natürlich auch zu laut mache. Und wir gucken mal auf den Bus, auf dem ich meine sämtlichen Gitarren zusammenrute, also zumindest die E-Gitarren. Das ist in diesem Fall dieser hier und der ist um drei dB zurückgenommen. Warum? Weil ich im Mix einfach festgestellt habe, dass ich vielleicht doch ein kleines bisschen übertrieben habe. Ich stelle mal diesen Bus wieder zurück auf die null dB, denn ein Bus, wenn man ihn startet und alles drauf routet, steht er ja eigentlich bei null dB. Und wir hören mal kurz rein, wie der Mix gewesen ist, als ich, der Gitarrist von diesem Stück, von dieser Band, die du hier gerade hörst, als er noch sein Lieblingsinstrument in der für ihn richtigen Lautstärke gehört habe. Das klang so. Ich habe gedacht, was stimmt mit dem Mix nicht und habe dann einfach gedacht, vielleicht nimmst du mal dein Lieblingsinstrument einfach 3 dB runter und guckst mal, wie der Mix sich dann entwickelt. Also habe ich Folgendes gemacht, bin zu dem Bus, wo alle E-Gitarren drin sind und habe die einfach mal stumpf alle zusammen um 3 dB rausgenommen und siehe da, mit dem Mix passiert plötzlich Folgendes. Jetzt kann man darüber streiten. Ist natürlich absolute Geschmackssache und es ist ja auch ganz wichtig, dass man seinen eigenen Geschmack im Mix auf jeden Fall immer repräsentiert. Aber falls du den Eindruck hast, dass du dich nicht so ganz unter Kontrolle hast oder dein Mix nicht so richtig zusammenkommt, denk mal darüber nach, welches wohl dein Lieblingsinstrument sein könnte und nimm mal dieses Instrument und nimm es einfach mal 2 oder 3 dB runter. Denn man muss ja nicht immer mit Equalizern, Kompressoren und allem Zwicky und Zuppi arbeiten und so weiter. Manchmal ist der Fader unser großer Freund und wenn man dann mal geballt eine Instrumentengruppe einfach mal ein kleines bisschen zurücknimmt, kann das schon durchaus dafür sorgen, dass der ganze Mix viel besser zusammenkommt und deswegen ist da Zurückhaltung, also nicht viel hilf viel, sondern eher weniger ist mehr die Maßgabe, mit der man dann da arbeiten kann. Ein Versuch ist es immer wert und mir hat es in diesem Fall auf jeden Fall geholfen. Für mich kam der Mix besser zusammen, als ich meine geliebten Gitarren ein kleines bisschen zurückgenommen habe. Ego zurücknehmen, Mix nach vorne und jetzt wieder rüber. Wenn du deine Songs selber aufnimmst, arrangierst und komponierst, dann bist du natürlich im Prozess, wo der Song aufgenommen wird, sehr kreativ. Du haust eine Idee nach der anderen raus, schnappst dir ein Loop nach dem anderen, baust deinen Song zusammen und verliebst dich in jede einzelne Idee, die im Song dann natürlich auch jedes Mal zu hören sein soll. Mit anderen Worten, dein Song fängt mit dem großen Brimborium direkt vorne bei 100% an und geht dann meistens mit 100% durch bis zum Ende und wenn wir über Dynamik reden, dann reden wir ja nicht nur über Lautstärkeunterschiede zwischen laut und leise, sondern wir reden auch über die Dynamik bei der Instrumentierung, also über die Dichte der Instrumentierung. Das Problem ist, wenn dein Song also bei 100% anfängt und mit 100% deiner Ideen und des Instrumentariums von vorne bis hinten durchgeht, dann ist der geneigte Zuhörer spätestens nach 30, 40 Sekunden enttäuscht, weil ja nichts Neues mehr passiert. Es gibt überhaupt keine Abwechslung, man hört das, was man am Anfang gehört hat, auch am Ende und meistens ist dann spätestens nach einer Minute Schluss, man schaltet weiter und wenn du Pech hast, bist du dann noch nicht mal zum ersten richtig geilen Refrain gekommen. Was also machen? Viel hilft, viel ist nicht. Es gilt eher Kill Your Darlings, also trenn dich von deinen Lieblingen, nicht dauerhaft, aber partiell. Das heißt, schmeiß was aus deinem Arrangement raus, dünnes aus, um die Teile dann gezielt, wie bei einem Puzzlespiel, hier mal einzusetzen, wieder reinzubringen, rauszubringen und welche Teile ich rausgeschmissen habe aus meinem letzten Mix, wo ich mich trennen musste, die ich dann aber gezielter einsetzen konnte, das schauen wir uns mal an einem oder zwei Beispielen an. Also gehen wir mal rüber und schauen, was ich da so gemacht habe und hoffentlich kannst du die eine oder andere Inspiration auch mitnehmen. Also los geht's. An meinem Arrangement kann man schon durchaus erkennen, wenn man mal so alle Spuren so untereinander sieht, oben die Drums sind vielleicht ein bisschen gekürzt, aber so an den restlichen Spuren kannst du schon erkennen, dass ich durchaus hier Steigerungen drin habe. Am Anfang hier, im Anfangsbereich sind relativ wenig Instrumente verfügbar und dann wird es mit der Zeit immer mehr. Im zeitlichen Verlauf siehst du also, dass immer mehr dazukommt, um am Schluss dann im letzten Refrain natürlich alles zusammenzuwerfen. Trotzdem hat man auf dem Weg durchaus viele Instrumente, in die man sich verliebt und auf die man auf keinen Fall verzichten möchte. Und wenn du in dieses Arrangement mal reinguckst, kannst du ja mal kurz Pause drücken, mal ein bisschen gucken, dann wirst du feststellen, dass hier zum Beispiel was gemutet ist, da wo der Punkt ist oder hier zum Beispiel bei dem Rhodes, was ich hier eingespielt habe, dieses grüne Classic Suitcase, das ist ein Rhodes, was ich hier teilweise einfach rausgenommen habe und ich musste mich an der Stelle einfach von einigen Lieblingsteilen trennen. Und gerade dieses Rhodes, das gefällt mir wirklich super gut, das spielt nämlich hier in der Strophe. Ah, herrlich, ne? Toll. Wir hören mal kurz die Strophe mit dem Rhodes an, achte, du hast jetzt gerade gehört, achte mal, was es genau macht im Arrangement. Ich bin müde, müde vom Hin und Her, das Du und Dich wird mir unendlich schwer, muss endlich loslassen neu an dich. Du merkst, es setzt richtig schön Akzente, legt einen kleinen Teppich, setzt Akzente, also ich habe mich schwer verliebt, mir auch Mühe gegeben, ich bin an den Tasten ja nicht so gut, das schön einzuspielen. Und natürlich war es dann auch hier im Refrain natürlich präsent, wie Du hier sehen kannst, ist es da auch noch drin. Es soll mich daran erinnern, dass ich es rausgenommen habe. Denn was ist passiert? Im Refrain kamen jede Menge weitere Instrumente hinzu, die dann noch gespielt haben. Klar, der Refrain soll größer werden. Und plötzlich war die Suppe, die dieses Rhodes hier an dieser Stelle gemacht hat, oder ich aktiviere es mal. Wir hören mal kurz rein, was es dann da macht im Refrain. Liegt also einen schönen, fetten Teppich, kam sich dann aber plötzlich in die Quere mit meinem Bass, mit den Gitarren und mit dem Gesang, mit allem, was dann da zusammenkam, mit anderen Worten. Time to say goodbye. Als ich mich dann entschieden habe, das Rhodes wirklich nur in der Strophe zu spielen, war völlig klar, das war die richtige Entscheidung. Also, kill your darlings, räum dein Arrangement da auf, wo du denkst, jetzt spielt hier zu viel gleichzeitig. Vielleicht kann ich das besser an einer anderen Stelle nochmal einsetzen, reinbringen und damit eine Steigerung, eine dynamische Steigerung reinbringen in meinen Mix und dafür sorgen, dass der Mix insgesamt von vorne bis hinten dynamisch Steigerungsmöglichkeiten hat, aber auch wieder Möglichkeiten runterzufallen. In der Strophe ein bisschen weniger, im Refrain dann ein bisschen mehr. Und in der Strophe dann wieder ein bisschen weniger und du kriegst so eine Auf- und Abwärtsbewegung, die dann letztendlich darin mündet, dass im letzten Refrain, wenn man über klassische Songstrukturen spricht, dass da dann wirklich das große Inferno losbricht und drück nochmal auf Pause, guck nochmal auf dieses Arrangement, da siehst du, dass ich genauso vorgegangen bin. Da, wo am wenigsten los ist, das sind die Strophen oder vielleicht kleine Zwischenteile. Da habe ich die Drops gesetzt, also Drop in dem Sinne, dass da die Dynamik runterfällt, nicht der Drop, der heutzutage in der Musik gemeint ist, kurz vor dem Refrain, sondern in diesem Fall jetzt tatsächlich ist die Dynamik runtergegangen. Überprüf deine Arrangements selber mal, schneide einfach mal Sachen raus, mute sie, du musst sie ja nicht wegschmeißen und guck mal, ob du damit aufräumen kannst und deutlich mehr und interessantere, deutlich mehr Dynamikpunkte und deutlich interessantere Mixe am Ende des Tages abliefern kannst. Und jetzt wieder, weißt schon. Okay, ich gebe es zu. Ich bin ein Riesenfan der LCR-Mixing-Methode. LCR steht für die drei Panoramapositionen, die man nutzen kann, nämlich Left, Center, Right, also links, Mitte, rechts. Und gerade für Einsteiger ist es im Mixen sehr einfach, wenn man sich erstmal nur auf drei feste Mixpositionen bezieht. Das heißt, man muss die ganzen Entscheidungen, ob man es ein bisschen links oder ein bisschen, also ein bisschen links oder ein bisschen rechts mischt, muss man gar nicht treffen, sondern man hat drei klare Vereinbarungen mit sich getroffen, entweder links, Mitte oder rechts und da mischt man etwas hin. Die wichtigen Sachen natürlich in die Mitte und die anderen Sachen kann man dann entsprechend links oder rechts positionieren. Und das vereinfacht den Mixprozess, vereinfacht die Entscheidungsfindung und sorgt dafür, dass man auch durchaus sehr klare und aufgeräumte Mixe hat. Aber auch hier, wo schwarz und weiß sind, muss es auch grau geben. Das heißt, jede Regel kann auch aufgebrochen werden. Und wenn man das ganz gezielt macht, also wir sind wieder bei der Dosis, die das Gift macht, wenn man das ganz gezielt mal aufbricht und für das ein oder andere Element nutzt und diese eben nicht hart links, hart rechts einsetzt, dann kann man durchaus den Zwischenraum, den man zwischen links und Mitte oder Mitte und rechts hat, gezielt einsetzen, um da mal das ein oder andere Ohrensüßigkeit, auf Englisch heißt es ihr, Candy klingt vielleicht ein bisschen cooler, also die ein oder andere Ohrensüßigkeit, die Überraschung für den Zuhörer zu platzieren und ihm da dann zu sagen, pass mal auf, da bin ich aus dem Panorama rausgegangen, um dir etwas zu präsentieren. Nicht, dass der Zuhörer das aktiv wahrnimmt, aber er wird auf jeden Fall feststellen, da ist mir was aufgefallen oder das hält ihn einfach ganz subtil unter der Wahrnehmungsobergrenze, auf jeden Fall auf Kurs, den Song auch weiter zuzuhören. Dieses Aufbrechen der LCR-Methode muss natürlich mit Gefühl eingesetzt werden. Wenn man sich für LCR entschieden hat, muss man das mit Gefühl einsetzen, aber man kann ganz gezielt damit schöne Highlights setzen und wie ich das eingesetzt habe, bei welchem Element, das schauen wir uns jetzt mal genau im Mix an, also los geht's. Mein geliebtes Left, Center, Right, also links, Mitte, rechts mischen, das ist die Methode, mit der ich angefangen habe, Songs aufzuräumen, Mixe klarer zu gestalten und dafür gesorgt habe, dass ich mehr Übersicht im Blick habe, einfach dadurch, dass ich dafür gesorgt habe, dass ich mich bei Instrumenten ganz klar dafür entschieden habe, ob sie links, mittig oder rechts stattfinden. Und du siehst hier, wenn wir mal durch die Panoramas hier durchgehen, hier ist auch eine ganze Menge, auch in diesem etwas fortgeschritteneren Mix, deutlich noch zu erkennen, dass viel entweder in der Mitte oder links, außen stattfindet, also gar keine Zwischenposition. Wenn ich dann mal eine Zwischenposition gewählt habe, wie zum Beispiel hier, dann ist es an der Stelle genau ein Highlight. Nehmen wir mal die Spuren, die wir jetzt hier gerade gehabt haben, das sind jetzt hier diese beiden Spuren, wie heißen die, E-Gitarre, Brat, links und rechts. Und die habe ich dann hier tatsächlich nur im letzten Refrain zum Beispiel. Die spielen nicht durchgängig, die haben hier ihr Highlight an der Stelle und die sollen jetzt einfach das Panorama zwischen der linken, der mittleren und der rechten Position nochmal auffüllen und da nochmal ein bisschen mehr reingeben. Das heißt, ganz gezielt aufgebrochen das Left-Center-Right-Modul und einfach mal gesagt, okay, an der Stelle möchte ich jetzt mal ein Highlight setzen, da ein bisschen auffüllen. Oder aber auch bei den Stimmen zum Beispiel, wenn wir hier hinten gucken, siehst du, dass ich hier zum Beispiel die Harmonie-Vocals, die ich hier gesetzt habe, dass ich die auch nicht ganz nach außen gesetzt habe, um diesen Gesang eben nicht ganz nach auseinander zu reißen, sondern den schön kompakt beieinander zu halten, um ein kompaktes Klangbild zu haben. Und da an solchen Stellen ist dann Left-Center-Right manchmal nicht das richtige Mittel der Wahl. Also Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Und speziell, wenn wir hier mal in den letzten Chor reingucken, wir haben ja am Schluss, habe ich hier einen großen Chor gesungen, den kann ich mal kurz einblenden. Du siehst hier, dass hier eine ganze Menge Spuren untereinander eingesungen sind. Und wir können ja mal kurz reinhören, wie das Ganze Solo klingt. Das ist nämlich hier folgendes. So. Und diese Stimmen habe ich jetzt ganz bewusst nicht nur links und rechts außen gesetzt, um eben nur dieses große, breite Stereo-Bild zu haben und die Stimmen dann links und rechts außen zu haben, sondern ich wollte in dem Fall Wall of Sound, ich wollte das ganze Stereo-Panorama ausgefüllt haben und bin dann dementsprechend dazu übergegangen und habe hier in den Panoramas eben nicht LCR gemischt, sondern hier Stück für Stück verteilt. Also hier 24 nach links und nach rechts. 64 sind bei Logic 100 Prozent. Da wird noch in den alten Midi-Schritten gerechnet, also 128 Schritte von ganz links außen bis nach rechts außen. Das heißt in der Mitte, wenn hier auch 0 angezeigt ist, ist im Prinzip 63 und dann geht es einmal nach links und nach rechts außen. Und dementsprechend gibt es dann hier im Vollanschlag sind 64 auf der rechten und linken Seite und dann sind das die entsprechenden Zwischenpositionen. 24 ist zum Beispiel 30 Prozent. Und dann geht es hier weiter, dann reden wir mal in Uhrzeiten. Hier also 10 Uhr nach links und nach rechts gerechnet, hier dann 9 Uhr und dann immer so ein Stückchen weiter aufgebrochen, um das ganze Stereo-Feld eben partiell und nur für dieses eine Instrument an dieser Stelle dann wirklich auszufüllen. Alle anderen Instrumente bleiben im LCR-Raster und an dieser Stelle habe ich den Chor dann einfach so aufgestellt, dass der dann als einziges Instrument neben dieser eine Gitarre, die ich gerade verraten habe. Dann hier aber das LCR-Muster aufbricht und dann einfach das Stereo-Panorama dann an allen Stellen ausnutzt und dann auch auffüllt. Und so kommt dann diese Stelle zusammen, wo es dann halt so klingt. Jawohl. Also LCR ist super, aber hin und wieder darf die Regel auch mal gebrochen werden. Also da an der Stelle darf man durchaus auch mal drauf verzichten und ein bisschen von der Regel abweichen. Also wir gehen wieder rüber. Wer möchte nicht einen stabilen Bassbereich haben? Wer möchte nicht, dass sein Bass so richtig schön unten rum drückt, ohne das Ruder zu übernehmen und ohne zu dominant zu sein? Und natürlich gibt es das ein oder andere Video zu dem Thema auch schon auf meinem Kanal. Nur da ist auch wieder Vorsicht geboten, denn zu viel ist tatsächlich zu viel an dieser Stelle. Beim Bass gibt es vor allem zwei Stolperfallen. Wenn man zum Beispiel parallele Bearbeitung hat, das heißt, wenn man zum Beispiel den Trick benutzt, den ich dir hier oben gezeigt habe, also in dem Video, was ich dir hier gerade einblende, da teilt man den Bass in zwei Frequenzbereiche auf. Einmal in einen hochfrequenten und in einen tieffrequenten Bereich. Und wenn man das so macht, kann man natürlich durchaus die beiden separat bearbeiten und einen fetten Bass hinbekommen. Problem ist nur, wenn du irgendwelche Phasenschwierigkeiten zwischen diesen beiden Kanälen bekommst, sagen wir mal der Low-Cut von deinem Equalizer-Trend nicht sauber und dann kriegst du eine Phasenauslöschung, die vielleicht genau da ist, wo der Druckbereich vom Bass sein sollte. Mit anderen Worten, der Bass wird nicht fetter, er wird dünner. Da muss man also auch wirklich aufpassen. Noch schlimmer wird es, wenn man mit einem Sub-Bass arbeitet, also einen zusätzlichen Bass unten drunter schiebt, um das Ding so richtig rund und fett zu machen. Auch da gibt es natürlich keine Grenzen und man neigt gerne dazu, das ein bisschen zu übertreiben. Warum? Ganz einfach, weil man vielleicht die Frequenzen unterhalb von 50 Hertz auf der eigenen Abhöre gar nicht mehr so gut kontrollieren kann. Man dreht also tüchtig rein in einen Bereich, den man schon gar nicht mehr hören kann. Und wenn man dann nicht mit einem Analyzer überprüft, was man da gemacht hat, dann fährt man einfach mit diesem sehr starken tieffrequenten Signal in den finalen Kompressor und dann in den Limiter rein und die reagieren wie bekloppt, obwohl man eigentlich in diesem höherfrequenten Bereich überhaupt gar nichts hört, warum der so reagiert. Einfach, weil so viel Energie im Bassbereich ist. Verschiedene Stolperfallen also. Auf jeden Fall, viel hilft viel, ist hier definitiv nicht so. Und in welche zwei Fallen ich reingefallen bin oder reingetapst bin, so ist es richtig, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe es übrigens behoben, indem ich mich einfach mal wieder zurückgezogen habe auf den Ursprung. Das schauen wir uns jetzt an. Rüber geht's. Ich glaube, jeder Mischer da draußen, jeder, der mal Musik abgemischt hat, also aus Einzelspuren, ein gesamtes Stereo-Pfeil, einen echten Song gemacht hat, der wird sagen können, ja, ich habe auch in diesem Mix wieder Probleme mit dem Bass gehabt. Bässe sind einfach so unterschiedlich und so schwer unter Kontrolle zu halten, dass jeder, vor allem wenn man nicht so ganz geübt ist, definitiv auch kleinere Probleme damit hat, seinen Bassbereich unter Kontrolle zu halten. Natürlich ist es super, dass es jede Menge Tipps gibt, sich auseinanderzusetzen, damit umzugehen mit den unterschiedlichen Problemen, die man hat. Und trotzdem stellt man jedes Mal im Mix wieder fest, dass der Bassbereich einfach einer der schwersten Teile ist. Und zwar nicht die Bassdrum, sondern vor allem der Bass tatsächlich. In diesem Fall habe ich einen Drahtbass gespielt, also einen Bass, einen E-Bass mit echten Seiten. Das war der hier. Da sieht man den Rickenbacker. Und der Rickenbacker hat blöderweise die Eigenschaft, dass er sehr knurrig ist. Ich hatte Bock, den zu spielen, habe nicht so richtig drüber nachgedacht, habe alles eingespielt und habe danach nicht wirklich Lust gehabt, das Ganze nochmal neu einzuspielen, weil es ja eigentlich gut gewesen ist. Also habe ich mich Broadway the Hardway dafür entschieden, mit diesem Bass Sound dann auch weiterzuleben. Einziges Problem, der klingt sehr knurrig, mit anderen Worten, der hat weniger Subbässe als zum Beispiel meinen Precision oder vielleicht einen Synthesizer-Bass. Also musste ich irgendwie Bässe ja herzaubern und habe dann alle Tricks genutzt, die man erstmal hat. Erstmal duplizieren und habe die gleiche Spur nochmal genommen. Dann habe ich nochmal eingespielt, die ganze Spur nochmal neu gedoppelt irgendwie. Dann habe ich das gemacht. Dann habe ich die Doppelungsspur, habe ich dann einfach genommen und habe hier nochmal mit einem Low-Cut gearbeitet und habe hier das dazu gemischt. Also Low-Cut 97 Hertz, habe den Bassbereich, also der ursprünglichen Spur überlassen, mitten reingedreht, damit er besser auf kleinen Spuren zu hören ist. Und der Bass kam irgendwie nicht zusammen. Soll ich dir verraten, was passiert ist? Ich spiele mal die beiden Spuren ab, die ich zusammen gemischt habe. Das waren nämlich diese beiden hier. Plötzlich passierte Folgendes. Weißt du, wie der Bass am Phasen ist? Ich habe das erst so gar nicht wahrgenommen, weil ich den Bass natürlich nicht mono abgehört habe. Das heißt natürlich, ich habe in diesem Fall den Bass nicht mono abgehört, sondern habe das im Mix direkt geregelt und habe gedacht, irgendwas stimmt nicht. Aber da muss ich später nochmal darauf zurückkommen. Mit anderen Worten, obwohl es die gleichen Spuren sind, haben wir hier einen Versatz zwischen den beiden Spuren. Wir haben ein klassisches Phasing. Es gibt Auslöschung, Kampffilter-Effekte. Das sorgte dafür, dass der Bass eben nicht druckvoll blieb. So wie jetzt, wenn er alleine spielt. Sondern es kam aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Plug-in kam so eine Verzögerung, die dafür sorgte, dass ich jetzt plötzlich diesen Phasing-Effekt hatte. Und da ich das nicht wirklich wahrgenommen habe, habe ich gedacht, der Bass hat noch nicht wirklich den Druck, den ich haben möchte. Muss ich vielleicht noch einen Bass dazu machen und habe dann einfach den Bass nochmal umgewandelt in eine MIDI-Spur, die ich dann noch dazu geschoben habe, mit einem Synthesizer und habe dann hier nochmal richtig Sub-Bass dazugegeben. Das klingt so. So. Warte mal, muss ich hochdrehen? So. Ein Puls-Bass richtig tief runter. Was macht der Gute hier? Siehst du? Guck mal, der schiebt richtig unten rum. Da. Bin dann schön dabei, schön an die Hörgrenze, also meine akustische Hörgrenze, war aber viel zu viel und der Bass wurde und wurde nicht fetter, bis ich dann halt eben festgestellt habe, dass ich mir mit diesen ganzen Tipps und Tricks, die ich da gemacht habe, eigentlich nur Probleme eingehandelt habe. Mit dem Ergebnis, ich habe den Sub-Bass runtergedreht. Ich habe diesen DI-Bass, den zusätzlichen Bass, den ich mal gebaut habe, den habe ich einfach gemutet und habe gedacht, komm, jetzt arbeitest du einfach mit der Hauptstimme, mit dem Hauptbass, mit dem du arbeitest und habe den dann im Mix integriert mit dem Ergebnis, dass ich dann zum Ziel gekommen bin, weil ich mich konzentriert habe und fokussiert habe, auf dieses eine Instrument das hinzukriegen und eben nicht super viele Tricks gemacht. Was ist der Lerneffekt aus der ganzen Geschichte? Nur weil wir es können, ist es noch lange nicht gut. Man muss es immer im Mix kontrollieren und speziell Phasenprobleme sind ein Problem. Und wenn du zu viel tieffrequente Energie reinschiebst, dann kann dir das am Schluss auch deinen letzten Kompressor überladen, dass der voll austickt, obwohl du noch gar nicht hörst, also im oberen Frequenzbereich noch gar nicht hörst, warum er so frequenztechnisch abheben sollte, warum er so stark komprimiert. So ist es richtig. Und dein Limiter wird natürlich auch zusammengeschossen, denn der Limiter reagiert natürlich auch auf diese tieffrequente Energie und du kriegst den Mix nicht wirklich laut. Überprüfe in dem Fall gerne nochmal deinen Bass. Weniger ist mehr auch an der Stelle. Vielleicht ist es sinnvoller, den Bass vielleicht gar nicht so tief zu machen, dafür mehr im Bereich zwischen 80 und 150 jetzt was reinzudrehen, anstatt in dem Bereich zwischen 80 und 40 jetzt da den Bass zu überfordern. Ich bin dabei rausgekommen, am Ende des Tages mit diesem Bass zu arbeiten und habe mich da reduziert auf das Minimum in dem Fall und habe gesagt, komm, das passt. Und wie wir hören können... Es geht auch mit einer Spur. Nur weil wir es können, heißt es noch lange nicht, dass wir es machen müssen. So viel dazu und jetzt rüber ins Fazit. Das waren meine fünf Fallen, die ich in meinem letzten Mix gemacht habe und ich bin sicher, du wirst dich in der einen oder anderen Situation wiedererkannt haben und ich hoffe, dass ich dir ein kleines bisschen was mitgeben konnte, vielleicht demnächst in deinem nächsten Mix, in deiner nächsten Komposition, in deinem nächsten Arrangement auch mal Zurückhaltung zu üben. Ich muss mich selber immer wieder an den Haaren aus dem Sumpf ziehen, obwohl das mit den Haaren... Okay, vergiss, aber das Bild steht auf jeden Fall und hoffe, dass ich dir einige Inspirationen mitgeben konnte für deinen nächsten Mix. Schreib mir auf jeden Fall deine Erfahrungen und in die Kommentare. Lass uns daran teilhaben, damit wir auch ein bisschen was lernen können und vielleicht für unseren nächsten Mix die ein oder andere Falle auslassen können. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Vlog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassu!